Auf der Suche nach dem passenden Neuwagen? Wir nehmen die neuesten Modelle unter die Lupe. Egal ob Stadtblitzer, SUV oder Familienkombi, finden Sie den passenden Neuwagen im MeinAutoCheck. Der Seat Tarako, das Raumwunder unter den Mittelklasse-SUVs. Der Seat Tarako ist ein geräumiger SUV mit einer Gesamtlänge von ca. 4,74 m. Er basiert auf dem modularen Querbaukasten des VW-Konzerns und ist eng mit dem VW Tiguan Allspace und dem Skoda Kodiaq verwandt. Mit seiner Breite von ca. 1,84 m passt der Seat Tarako problemlos in jedes Stadtparkhaus. Die Gesamthöhe beträgt ca. 1,67 m. Optional verfügbar Keyless Go. Unser Fahrer misst 1,80 m und hat ausreichend Platz. Zu den Ausstattungshighlights des Seat Tarako FR 1,5 TSI zählen unter anderem das Beats Audio Soundsystem, sportliche Schalensitze in der FR-Line, dynamische Blinker, Einstiegslicht bei Dunkelheit, Auspuffblenden sowie 20-Zoll-Felgen in der FR-Line. Der Innenraum des Tarako ist großzügig gestaltet und überragt seine Konzernbrüder wie den VW Tiguan Allspace und dem Skoda Kodiaq. Im Kofferraum finden ca. 6 Koffer- und Gepäckstücke Platz, bei ungeklappter Rückbank dreimal so viel. Der Seat Tarako FR ist ein echter Allrounder, der Komfort mit sportlichem Design und hochwertiger Ausstattung verbindet. Die Farbe dieses Modells ist Urano Grau Uni. Den Sprint von 0 auf 100 schafft der Seat Tarako in 9,5 Sekunden. Bei meinauto.de erhalten Sie den 5-Türer für ca. 250 Euro im Monat im Leasing, bei einer Laufzeit von 4 Jahren und 10.000 km pro Jahr. Der Herstellerpreis liegt bei 37.170 Euro. Nach Ende der Laufzeit geben Sie das Auto einfach an uns zurück und müssen sich weder um den Weiterverkauf noch um den Wertverlust kümmern. Zum Unterhalt. Der Tarako FR verfügt über einen 58-Liter-Tank. Eine Füllung kostet daher etwa 93 Euro. Je nach Fahrstil schätzen wir, dass Ihre Reichweite mit dem vollen Tank ca. 900 km beträgt. Die Versicherung und Kfz-Steuer erhalten Sie zusammen für 83 Euro pro Monat. Zum Vergleich. Der Seat Tarako und sein Konzernbruder, der VW Tiguan. Wir empfehlen den Tarako für alle, die eine geräumige Alternative zu einem Kombi bevorzugen. Ein agiles, unkomfortables Familienfahrzeug suchen, das bei Bedarf auch als Siebensitzer verfügbar ist. Auf aktuellste Technik im Fahrzeuginneren Wert legen. Das war der Mein Auto Check.